Musik Mein Highlight hier im Loft war auf jeden Fall ein Nachmittag, an dem ich in einen Beauty-Salon eingeladen worden bin. Das war super spannend, die Mädels haben mir noch mal viele Tipps gegeben. Ich habe so einen wirklich schönen, glamourösen Makeover einfach bekommen und das hat mir super gut gefallen. Mein Highlight im Frutini Loft waren die Experiences, weil das einfach eine Überraschung war und es einfach total cool war, mal was Neues auszuprobieren. Bei meiner Experience durfte ich eine Hip-Hop lesson nehmen und das war ziemlich witzig. Musik Musik Besonders witzig in Erinnerung ist mir geblieben die Jessie bei der Facetten-Ferngesteuer-Challenge, die einfach mal jemanden angetanzt hat auf der Straße mit ihrer pinken Gitarre und dann die Passanten auch absolut mitgemacht haben. Musik 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 Musik